Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Wo sind wir heute? In Auffach. Und mit wem? Wir haben noch einen Gast dabei. Servus. Wer bist du denn? Ich bin der Roldi. Hi. Das ist ein Kumpel von Nico. Wir haben auf jeden Fall bestes Wetter. Das ist der Schatzberg jetzt hier und mittlerweile hängt es am Alpachtal dran, oder? Ja, genau. Die haben dann eine Verbindungsbahnzeit. Natürlich werden wir im Verlauf des Videos noch für euch herausfinden, seit wann es die Verbindung zwischen der Wiltschenau und dem Alpachtal schon gibt. Aber erstmal habe ich noch ein paar Hard Facts für euch aus dem Skigebiet. Denn das Skijuvel Alpachtal Wiltschenau zählt mit 113 bestens präparierten Pistenkilometern und 45 Liftanlagen zu den größten Skigebieten Tirols. Und es können sich dort sowohl Anfänger wie auch Fortgeschrittene wohlfühlen. Das schreibt zumindest Alpachtal selber über sich. Und wir können das nur bestätigen, denn ja, es war nichts los. Die Pisten waren super beieinander und wir hatten echt einen richtig guten Tag. Also wir fahren jetzt ein Rennen auf der Fun Slope. Wird gruselig. Nico hat gerade seine Skischu zugemacht, weil er ist noch auf dem Höllenritt. Ja, dann? Hallo, Guys! Wuhu! Ja! Wuhu! Ja! Wer sich mit mir einlegt, muss ich anfreunden, zu verlieren. Ja, der hat einen Riesen-Torlauf. Beste Aussicht auf den Kaiser haben wir auf jeden Fall. Und damit ging auch schon das nächste Wettrennen los. Diesmal ein Riesen-Torlauf. Da bin ich den letzten bei der Skilehrerausbildung gefahren, glaube ich. Was in dem Zug auf jeden Fall auch noch erwähnt werden sollte, ist der längste Riesen-Torlauf Europas. Der findet immer im Frühling in Bröden statt und ist mit über vier Kilometer Länge ein Event für jedermann. Man muss nur schnell sein, sich zu melden, weil da ist immer Startplatz-Knappheit. Für uns geht es jetzt weiter Richtung Alpbach. Da drüben sieht man es sogar schon. Und jetzt werden wir gleich rausfinden, wie lange es diese Verbindung schon gibt. Aber erstmal müssen wir natürlich noch hinfahren zur Gondel und da nehmen wir euch auch noch ein bisschen mit. Denn wir hatten wirklich unglaublich freie Pisten und mega Panorama mit tollster Sonne. Und ja, da haben wir noch ein paar gute Bilder zusammengekriegt. So, wir schläben jetzt gerade nach Alpbach rüber. Da kann man leider nicht runterfahren. Ich dachte, man könnte. Und hier wird gerade die Insta-Go-To begutachtet. Die waren eben am Stock drauf. Mit der habe ich gerade gefilmt. Mit der GoPro Halterung allerdings. Und ja, da drüben ist dann eben Alpbachtal. Ja, gerade haben wir noch rüber geschaut. Jetzt sind wir schon da. So schaut es jetzt im Skigebiet Alpbach aus. Wenig los. Super Pisten. Und die Jungs sind auch fast bereit. So, jetzt geht es ab in die Buckelpiste. Die ist aber noch relativ human. Das sollte schon klappen. Das kriegen wir hin, glaube ich. Das ist eine Graspiste, Mädels. Seht ihr das? Da ist Gras. Wiese. Du musst jetzt gucken, dass du da durchkommst. Hier wird gerade schon wieder Paragliding gemacht. Und da sehen wir jetzt dann schon wieder Richtung Zillertal rüber. Oh, ist das schön. Neck! Neck! Nix! Ja, also ich habe mich komplett verhauen. 2012. Seitdem gibt es die Verbindung. Fail. Egal. Jetzt geht es wieder zurück in die Wildschirma. Könnt ihr euch denken, wie ich diese Aufnahme hingekriegt habe? Eine Drohne ist es nämlich nicht. Ja, rechts auf der Seite im Bild steht es ja schon mit der Insta360 und zwar mit einem sehr langen Stativ. Hat recht gut funktioniert, wie ich finde. Juhu! Essen ist da! Ja, danke. Hopp, 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 hopp. Und der Herr macht heute die jetzt. Der andere nicht. Also ich brauche jetzt auch eine fette Stärkung, nachdem ich so hart gefahren bin. Mit den neuen Tipps hier gibt es viel mehr in die Oberschenkel. Das ist schon gut so. Skifahren ist ja auch ein Sport. Nach der Stärkung geht es wieder auf. Jetzt zurück zur Schatzberg-Talstation. Nach der Stärkung geht es, weil ich schon beim Loschen und wir alle gemacht haben. Musik Sammeln drauf ist natürlich auch gut Sehr schöner Tag heute Jetzt seid ihr gerade zu sammeln drauf Das ist glaube ich auch gut Ja, bin schon gespannt Zusammen Buh, buh, buh Wuhu Jetzt rein wollte, gell? Da hat er ganz anders weggesicht Ja Obwohl er keinen Schnitzel gegessen hat Hahaha Musik 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 Was Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.